Hallo in unserer Videoreihe Kreatives Gestalten. Ich habe euch heute drei neue Tipps mitgebracht. Wir starten mit dem Thema mit Rahmen gestalten. Rahmen grenzen Fotos von anderen Inhalten ab. Sie sind Dekorationselemente und fassen Inhalte zusammen und sie gestalten natürlich deine Seiten mit. Um ein Foto zu rahmen, klickst du es zuerst einmal an. Im Bereich Dekorieren liegen die Werkzeuge für Rahmen, Schatten und so weiter. Aktiviere die Funktion und nimm nun deine Einstellungen vor. Sollen diese Einstellungen nicht nur für ein Objekt gelten, klicke auf Weitere Funktionen. Nun kannst du auf Über weitere Objekte anwenden festlegen, welche Inhalte mit geändert werden sollen. Bestätige deine Einstellungen mit OK. Rahmen lassen sich jetzt auch in einem Foto einfügen oder mit Abstand um ein Foto platzieren. Wenn du auf die Position klickst, kannst du hier auswählen. Rahmen innen mit Abstand oder Rahmen außen mit Abstand. Das wirkt besonders bei großen Fotos sehr schön. Ja, mein zweiter Tipp für heute ist das Arbeiten mit der Pipette. Nimm Farben vom Bildschirm ab. Farben oder Farbwerte lassen sich ganz einfach mit der Pipette festlegen. So lassen sich ganz gezielt Texte, Rahmen oder Cliparts einfärben. Öffne dazu die Farbauswahl. Klicke auf Farbe wählen und danach auf Farbe vom Bildschirm wählen. Die Pipette wird aktiviert. Jetzt kannst du mit dem Mauszeiger an die richtige Position ziehen und klicken. Der Farbwert wird angezeigt. Schließe nun das Fenster. Fertig. So lassen sich Farbränder, Texte, aber auch die Farben eines Cliparts beliebig ändern. Das gibt dir ganz viele neue Gestaltungsmöglichkeiten. Ja, und der letzte Tipp in unserem heutigen kleinen Video ist das Arbeiten mit Verläufen. Die Verläufe findest du im Bereich Masken und Rahmen links in deiner Bildschirmansicht. Damit lassen sich sehr schnell Veränderungen auf deinen Seiten erzeugen, die wirklich toll wirken. Lege erst die Fotos auf die Seite und ziehe dann den Verlauf aufs Foto. Sofort wird die Änderung sichtbar und Fotos können so hintereinander verlaufen oder sogar ineinander. Die Auswahl hier ist riesig. Je stärker der Verlauf, umso weicher ist der Übergang. Nun kannst du deine Fotos abschließend mit den blauen Anfassern noch ineinander ziehen und ausrichten. Mein Tipp, lade dir am besten gleich alle Verläufe in deine Software. Damit hast du die meisten Gestaltungsmöglichkeiten. Ja, das war es für heute. Natürlich gibt es weitere Tipps in den CW-Webinaren oder in den anderen Videos hier im Kanal.